Ich bin Jonas Kreuter, Geschäftsführer von Greenlight Videoproduktionen. Greenlight Video for Vision. Greenlight, weil wir für dich eine grüne Ampel sind. Wir bringen deine Vision und dein Projekt in ein verständliches Format, das Botschaften auf den Punkt und zum Mensch bringt. In der heutigen Welt voller Möglichkeiten, und ich bin ein Teil dieser digitalen Welt, mussten wir merken, wir können einfach nicht alles. Wir mussten uns fragen, wo wir unsere Energie und unser Licht investieren. Gemäss MediaMind klicken die Leute 27 Mal mehr auf Videobeiträge als Textbeiträge. Video ist also ein starkes Mittel, um die Gesellschaft positiv zu prägen. So haben wir uns entschieden, Visionsprojekte zu unterstützen, in ein Videoformat und an die Leute zu bringen. Den Mehrwert, wo Videos arbeiten, haben wir auch angefangen, an Geschäftskunden weiterzugeben. Wir konnten schon über 100 Recruiting, Erklärungs- und Marketingkonzepte umsetzen. In der Unternehmerwelt ist man immer besonders herausgefordert. Umso wichtiger ist eine fairen Unternehmerschaft und bei uns eine christliche Ethik. Der Mensch ist im Fokus. Sowohl bei uns im Team als auch mit den Kunden schätzen wir einen freundschaftlichen und wertschätzenden Umgang. Dort investieren wir uns ein Licht. Wir produzieren Videos, die Visionen unterstützen und Videos, die sichtbar machen. Greenlight. Video für Vision. Wir produzieren dort. Ich fühle mich wie eine CD, die springt. Ich sperriste mich. Ich hoffe, wir fahren Minette in Team. Wir muss